guten morgen man schon wieder dieser schlecht gelaunte christoph, aber der joe ist gut gelaunt wir sind jetzt im zug nach kiel und wenn wir da ankommen machen ein paar interviews dann sehen wir nachher die jungs und dann sind wir wieder am saturn dann geht das gleiche los wie gestern in hamburg ja natürlich nicht dass wir heute schon in hamburg gewesen wären wir sind so früh für euch schon wieder unterwegs schaut mal wir sind fast in kiel und es ist 12 uhr 51 das ist schon zelterradio sind wir jetzt jetzt sind wir drinnen ja 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 moin wird hier nämlich gesagt lenator steht da oben von terminator abgeleitet man sieht ja wohl die ähnlichkeit lasst die korken klein die auch hallo hier ist die jennifer und der joe und christoph und jennifer rostock und diese woche ist auf antenne mecklenburg vormann das unser und unser album mit hau und haar ist diese woche bei antenne mecklenburg vormann einfach der beste musikmix hallo hier ist die jennifer und der joe und christoph und jennifer rostock und diese woche ist auf antenne mecklenburg vormann das unser und machen ich krieg's einfach nicht mehr hin und unser album mit hau und haar ist diese woche platte der woche war auf antenne ja ja ich hab dann überlegt wie man interviewer sind vorbei und wir sind in hamburg und und umdreht und haben wir ja moment das ist ja auch noch mehr hinter dem hang das ist echt schön aus hier ich gehe um mich nach den händen bei das ist das sein wenn man muss das sein ich gehe um mich gerne schwein das ist das sein wenn man muss das sein ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin es ist ich bin also das erste mal nehme ich in saturn auf 10 sind es waren ungefähr 10 da einmal kurz so ja 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 und kommt mal auf hier sind hier in amazon hamburg hallo seke zack seke zack GO! 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 Sagt er mir nicht wo ich unterschreiben soll? Der Alex hat gerade voll den Unfall gebaut. Stimmt's Alex? Du warst schuld, stimmt's? Nein, nein stimmt nicht. Eine Frau ist gerade rückwärts gefahren an der Ampel. Und jetzt ist was kaputt bei dem Leihwagen. Der Erik hat sich mal wieder richtig aufgeregt. Er ist mal wieder richtig explodiert. Wir sind hier gerade beim ZDF Morgenmagazin und spielen hier gleich. Da spielen wir. Ihr seid live dabei. Also nicht live, aber ihr seid dabei. Applaus Ja, jetzt haben wir dann die zweite Sänge. Ich kann nicht mehr. Ich hoffe, ihr könnt noch ein paar Minuten jedenfalls. Das würde uns sehr weiterhelfen. Und wir, wenn sie wollen, singen uns morgen früh auf 5.30 Uhr. Und wir wünschen Ihnen von Schärven auch. Applaus Ja, jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Ja, jetzt haben wir noch einen Topfer. Ja, ich will auch ein paar Minuten sehen. Und wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Das war so ein paar Minuten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017